Moin und hallo, herzlich willkommen nach dem 21. Spieltag und der Partie zwischen unserem HSV und Hannover 96. Endstand vor ausverkauften Haus 3 zu 4. Ich begrüße ganz herzlich beide Cheftrainer bei mir oben auf dem Podium und Gästecoach Stefan Leite. Bitte um ein erstes Spielfazit. Ja, Dankeschön. Hallo zusammen. Ja, wir sind natürlich super happy. Ich glaube, ihr merkt es an meiner Stimme, dass es natürlich nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb ein sehr intensives Spiel war. Ich komme hier relativ kurzhaltender Kompliment an meine Jungs. Wir haben das aufs Feld gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren hart, wir waren intensiv und trotzdem haben wir Fußball gespielt. Ich finde, wir haben in der ersten Hälfte eine fantastische erste Hälfte gespielt mit tollen Toren. Dann kommt der HSV natürlich zurück. Muss man dann auch mal akzeptieren, weil einfach guter Plan, gute Mannschaft auch dahinter steckt. Und ja, dann 3-3 denkst du, okay, was machst du? Wir haben dann nochmal gewechselt und wollten all-in gehen, um das Spiel dann auch auf unsere Seite dann nochmal zu ziehen. Sicherlich haben uns dann die Platzverweise auch noch in die Karte gespielt, aber insgesamt dann nochmal wirklich gut rausgespielt in Überzahl 4-3 und in Summe dann auch nicht unverdient gewonnen. Tim, dir natürlich weiterhin mit deiner Mannschaft viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Tim, dein Fazit bitte. Vielen Dank. Erstmal euch Glückwunsch, dir und deiner Truppe. Ja, war ein ereignisreicher Abend, muss man ganz ehrlich sagen. Selten, ja, oder vielleicht bei uns häufiger, sowas erlebt. Sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben eine Standardsituation kassiert. Dann eine weitere Situation, ein abgefälschter Ball, kann Matze nichts machen. Ja, dann kommen wir eigentlich wieder sehr, sehr, sehr gut ins Spiel zurück, wie die letzte Woche dann auch oder im letzten Heimspiel. Dann machen wir wieder einen Flüchtigkeitsfehler in der Abwehr, gehen dann mit 3-1 in die Pause, kommen dann aber auch wieder überragend aus der Pause raus, haben uns viel vorgenommen. Stets 3-2, dann ist es eine sehr, sehr lange Unterbrechung. Trotzdem haben wir den Fokus hochgehalten, haben dann wieder ein Tor erzielt über Standardsituationen, was uns ja diese Saison noch nicht so häufig geglückt ist. Heute gleich mal gleich zwei. Von daher kommen wir dann zum 3-3 und dann ist letztendlich die rote Karte so ein bisschen auch der Game Changer. Der Schiedsrichter steht genau daneben, hat freie Sicht, entscheidet gleich auf gelbe Karte. Ich weiß da nicht, warum das der VAR eingreift, aber ja, das ist nun mal so und dann versuchen wir die Statik zu verändern aus dem 4-4-1. Wir haben weiterhin nach vorne gute Möglichkeiten. Trotzdem machen wir dann den entscheidenden Fehler in der Defensive und dann letztendlich, ja, war es dann um uns geschehen heute, weil nochmal eine gelb-rote Karte und davon haben wir uns dann auch gar nicht mehr erholt. Aber trotzdem, wie wir zurückkommen, mit welcher Mentalität, mit welcher Leidenschaft, das ist aller Ehren wert. Trotzdem müssen wir natürlich auch über die vielen Gegentore zu Hause dann auch wieder reden. Das ist sehr, sehr enttäuschend für uns, ja, weil wir uns sehr viel vorgenommen haben, aber für uns gilt es jetzt, die Enttäuschung, die Wut, die in uns steckt, einfach auch in eine Trotzreaktion umzuwandeln, Energie da rauszuziehen, um dann letztendlich dann in Rostock genau dann wieder da anzusetzen, wo wir die letzten Auswärtsspiele waren. Vielen Dank! Dann kommen wir zu den Fragen. Kai-Uwe Hesse in der letzten Reihe für die Bild-Zeitung Hamburg. Hallo! Wenn man jetzt so ein 3-4 gegen Karlsruhe erlebt hat, da denkt man, okay, kommt mal vor im Fußball und dann liefert man eigentlich komplett das gleiche Spiel mit unfassbaren individuellen Fehlern, die losgehen, als Van der Bremen den Ball an der Außenlinie verliert, als man 1 gegen 2 im Zentrum steht bei dem einen Tor. Also es ist eigentlich eine Kopie von Karlsruhe. Und tausend, nein nicht tausend, Entschuldigung, vier, fünf, sechs, immer wieder neue Fehler. Spieler, die im Sommer top waren, wie Van der Bremen, nervlich total angeschlagen. Wie erklären Sie das Gesamtpaket? Ja, ist jetzt im Moment schwierig zu erklären, muss man ganz ehrlich sagen, weil so eine Wut in uns ist, dass das jetzt schwer zu analysieren ist. Was aber trotzdem immer bleibt, ist die Mentalität der Jungs, dass sie immer wieder zurückkommen. Und das ist natürlich auf der anderen Seite eine tolle Charaktereigenschaft, die die Jungs dann auch haben. Dass Fehler passieren, ist normal. Die passieren uns ja nicht jede Woche, sondern jede zweite Woche. Und das ist leider dann zu Hause zu viel. In der Hinrunde waren wir die beste Heimmannschaft. Wir haben auswärts nichts geholt. Jetzt sind wir mittlerweile auswärts so erfolgreich. Also ja, wir müssen schauen, dass wir das einfach auch schleunigst in den Griff kriegen. Ist die Frage noch aktuell? Ja, dann einmal bitte der Kollege. Vielen Dank. Jonas Gress, Hannoverische Allgemeine Zeitung mit einer Frage an Stefan Leidl. Stefan, auf der einen Seite steht ein begeisterndes 4-3, ein sportliches Spektakel. Was das aber leider überlagert, ist sicherlich der Protest der Fans. Das muss man heute so sagen, mit Faden, Kreuz, Fahnen, mit mehr als einer halben Stunde Pause, Zwangspause. Wie hast du das erlebt? Wie nah war es deines Wissens nach am Spielabbruch? Und was sagst du den Fans nach so einer Geschichte? Ja, wir hatten ja auch letzte Woche darüber schon gesprochen und ich habe mich ja da, glaube ich, schon auch klar positioniert. Die Stimme zu erheben und zu protestieren in dem Maß, was erlaubt ist, gehe ich mit. Das, was heute passiert ist, da distanziere ich mich komplett und wir komplett davon. So etwas hat im Fußballstadion nichts verloren. Wir hören auch immer, Fußball gehört den Fans. Fußball gehört aber auch uns Fußballern. Und wir lieben diesen Sport auch und deshalb sollte man uns auch spielen lassen. Fairer Protest ist okay, alles andere bitte nicht mehr in unseren Stadien. Ansonsten ist es, wie es all meinen Trainerkollegen gibt, was machst du? Das Spiel ist okay, wenn du drei, vier Minuten auf dem Platz bist. Die Jungs können sich bewegen, aber wenn du gar nicht weißt, wie es weitergeht, dann gehst du in die Kabine, darfst du nochmal rausgehen. Okay, du kriegst dann nochmal drei Minuten, um dich warm zu machen. Es nervt einfach. Es nervt die Jungs auch. Du hast eine Verletzungsgefahr. Spielfluss will nicht so richtig aufkommen. Diesmal waren wir betroffen, weil nach dem Wiederanpfiff kriegen wir gleich das Tor. Und deswegen ist es keine schöne Sache. Noch einmal der Kollege aus Hannover 2.3er. Dankeschön. Hallo zusammen, Florian Krebs von der BILD. Stefan, noch mal nachgefragt, ganz konkret. Im 96-Block war es schon eine neue Qualität heute, weil dort Fadenkreuz-Plakate hingen gegen die beiden CEOs der beiden Investoren und gegen Martin Kind, euren Profibus. Was sagt man da? Du hast eben gesagt, da distanziere ich mich, da distanzieren wir uns ganz klar davon. So was hat im Fußballstadion und nicht nur da. Nichts zu suchen. Aber das ist ja nochmal ein Zacken, Chef. Was sagt man dazu? Das, was ich gesagt habe, so was wollen wir und ich speziell nicht sehen. Aber was haben wir für eine Wahl in dieser Situation? Du gehst hin, du versuchst in den Dialog zu gehen und am Ende des Tages überschattet sowas ein großartiges Zweitligaspiel. Ich höre hier nur immer hier Fehler und hier Probleme oder da Probleme. Ich glaube, dass man hier auch mal sagen muss, dass hier zwei fantastische Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Beide Mannschaften mit offenem Visier. Und vielleicht stellen wir das mal in den Vordergrund und sagen nicht immer, ich habe einen Fehler gemacht, der andere hat ein Tor geschossen. Wir haben uns unsere Tore verdient, weil wir sie gut rausgespielt haben. Genauso wie der HSV seine Tore verdient hat, weil sie gute Standardsituationen gemacht haben. Aber ich sitze mir nicht hier hin und sage, wir haben jetzt einen Fehler bei einer Standard gemacht. Es war ein fantastisches Spiel auf einem sehr, sehr guten Niveau mit einer sehr hohen Intensität. Nur ein Beispiel für euch. Meine Mannschaft ist seit 126 Kilometer gelaufen und das mussten wir laufen, um heute hier zu gewinnen. Und deswegen Kompliment an beide Mannschaften. Stefan Walter fürs Hamburger Abendblatt. Moin, Herr Walter. Sie haben sich gerade schon enttäuscht über die Gegentore geäußert. Jetzt neun an der Zahl nach vier Rückrunden spielen. Zweimal in Folge zu Hause vier. Wie wollen Sie dieses Problem auch konstant in den Griff bekommen? Nicht nur alle zwei Wochen, wie Sie es gerade gesagt haben. Wie gesagt, jetzt ist die Enttäuschung erstmal groß. Und jetzt da ins Detail zu gehen, das Ganze zu analysieren. Wir arbeiten seit dem Beginn der Vorbereitung daran. Mal klappt es besser, mal klappt es weniger gut. Ja, es ist nur so, dass die Jungs gewillt sind, das abzustellen, dass es dann zu solchen Dingen dann auch mal kommt. Das trifft uns momentan. Aber wir werden weiter daran arbeiten. Das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Genauso gut, wie wir nach vorne Fußball spielen, wollen wir hinten auch verteidigen. Weil letztendlich gehören beide Richtungen dazu. Und ich bin der Trainer und ich bin für beide Richtungen verantwortlich, nicht nur für eine. So, und meine Intention dahinter ist, dass wir das besser machen, aber dass wir genauso gut nach vorne weiterspielen. Ja, Roland Kahl für HL Sports. Vielleicht gleich mal zwei Fragen. Erste Frage ist, was stimmt denn dann an der Kommunikation zwischen Sender, also Trainer und Empfänger, Verteidigung nicht? Und die zweite Frage ist, Daniel Hoyer-Fernandes hat ja heute nicht gespielt. Dafür Matteo Raab. Die vier Gegentore, vielleicht bei einem kann man ihm das ankreiden, aber bei den anderen dreien, wie sehen Sie das? Also ich bin klar, wenn ein Torhüter frisch reinkommt und vier Gegentore kriegt, ist es nicht eigentlich für ihn bestimmt. Trotzdem sage ich ja, er hat an keinem dieser Gegentore irgendeine Schuld. Ja, von daher ist es sehr, sehr unglücklich für ihn gelaufen, weil ich finde, klar, wenn einer vier Gegentore kriegt, dann kann er kein gutes Spiel gemacht haben, eigentlich. Eigentlich. Aber ich finde, er hat seine Sache sehr gut gemacht und ich habe zwei sehr gute Torhüter. Ja, und er hat es sich einfach auch verdient gehabt, heute zu spielen und es ist für ihn denkbar unglücklich gelaufen. So, und auf die andere Frage zurückzukommen. Ja, ich glaube, und das hatte ich ja auch vorher angesprochen, die Jungs sind gewillt, das zu verändern, die sind gewillt, das zu machen. Ja, nur das passiert nicht von heute auf morgen. Ja, und wir sind gut beraten, ja, das weiter zu forcieren, damit dann letztendlich die Fehler, die wir dann auch machen, nicht nur individuell, sondern auch im Verbund. Und wenn ich jetzt die Zweikampfquote anschaue, die ist wieder zu unseren Gunsten, aber die entscheidenden haben wir halt wieder verloren. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt und von daher gilt es daran, weiter zu arbeiten. Ja, ohne das zu schmälern, was Stefan gerade gesagt hat, dass der Gegner auch noch Fußball spielt. Nochmal der Kollege von Hannover schon allgemein. Ich bleibe bei Stefan Leitl oder bei den Fragen, wenn Stefan Leitl. Stefan, du hast gerade versucht, aufs Sportliche einzugehen, dann tue ich das jetzt auch mal. Du hast vorm Spiel bei Sky, glaube ich, gesagt, wir sind ein eingeschworener Haufen, das hat man an einer Sache heute ganz besonders gesehen. Gestern ist Derek Köhn nach Istanbul geflogen und hat bei Gala unterschrieben. Der war vorher Leistungsträger, Stammspieler und auch unfassbar gut in der Rückrunde. Da hast du Yannick Dehm eigentlich Rechtsverteidiger auf Linksverteidiger umgestellt. Das ist das eine, der das richtig, richtig gut gemacht hat. Und zeitgleich habt ihr offensiv auch trotzdem eure Standardstärke behalten. Wie war das, wie lief das mit so kurzer Vorbereitung für Yannick und für deinen Offensivplan? Und daran anknüpfend auf der anderen Seite, Selma Roja sah gerade gar nicht gut aus auf dem Weg zum Bus. Es ist ja ganz stark gehumpelt. Wie geht es ihm, was hat er? Hast du da schon Infos? Es sieht bei Selma nicht gut aus. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, was es genau ist. Da brauchen wir die genauere Untersuchungen, um dann auch eine Diagnose zu bekommen. Es war keine einfache Woche für uns. Ich bin auch nicht happy über den Transfer von Derek Köhn. Ganz klar, es ist ein unheimlich wichtiger Spieler gewesen, der uns zu einer Unzeit wegbricht. Du kannst nicht darauf reagieren. Trotzdem bin ich persönlich auch stolz auf Derek, dass er diesen Weg gegangen ist und das auch wollte. Und sich kontinuierlich entwickelt hat. Wir müssen uns die Frage stellen oder grundsätzlich, wenn ich das Wirtschaftliche über das Sportliche stelle, dann muss ich auch die Ambitionen dementsprechend anpassen. Und es wird die Aufgabe sein, in den nächsten Wochen da auch ehrlich zu kommunizieren. Und trotzdem bin ich super happy mit meiner Mannschaft und auch glücklich, dass ich meine Jungs habe. Und manchmal wächst man vielleicht noch enger zusammen und kompensiert ein paar Dinge. Und Jannik hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Und jetzt wollen wir es versuchen, auf Strecke hinzubekommen. Das zweite Thema ist natürlich, dass Marcel Halstenberg heute auch gefällt hat. Und er wird uns auch nächste Woche fehlen. Das heißt, wenn er jetzt ausfällt, fehlen mir 75 Prozent der Kette. Ich glaube, für jeden Trainer oder jeder weiß, was das mit dem Trainer macht. Und deswegen gilt es darum, den Jungs Energie zu geben, uns dann gut auf das nächste Spiel vorzubereiten und wieder Lösungen zu finden, um unsere Heimserie auszubauen. Und das wird nur im Miteinander gehen und genauso wie heute als Team auftreten und als Team Punkte holen. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke mich für das Interesse und den Gästen. Eine gute Heimreise. Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Interesse und den Gästen.